Strom fließt in jedem Basler Haushalt einfach so. Woher kommt er? IWB Kundinnen und Kunden erhalten 100% erneuerbaren Strom. Er kommt aus Kraftwerken in Basel und der Schweiz, an denen IWB beteiligt ist. IWB besitzt neun Wasserkraftwerke anteilsmäßig. Sie produzieren jährlich 1263 Gigawattstunden Strom für IWB. IWB ist an 18 Windparks beteiligt. Sie produzieren für IWB 455 Gigawattstunden Strom pro Jahr. In der Schweiz und Europa besitzt IWB acht Solarkraftwerke, die jährlich neun Gigawattstunden erneuerbaren Strom produzieren. Wie wird all der Strom verbraucht? In Basel-Stadt verbrauchen Haushalte knapp ein Drittel des Stroms. Den Rest verbrauchen Unternehmen und Verkehr. Der Stromverbrauch sinkt in Basel tendenziell. Auch die Haushalte verbrauchen weniger. Seit 2010 sinkt der gesamte Stromverbrauch in Basel tendenziell. Auch der Verbrauch pro Kopf sinkt. Der Verbrauch pro Kopf ist in Basel ähnlich hoch wie in der Schweiz und im europäischen Vergleich durchschnittlich. Viel mehr Strom verbrauchen die skandinavischen Länder, die mehr Elektrizität für Heizung und Verkehr einsetzen. Der Pro-Kopf-Verbrauch ist nur ein Durchschnitt. Ein einzelner Haushalt verbraucht weniger, abhängig von der Anzahl Personen, die darin leben und ob es sich um eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus handelt. Und nicht zuletzt von den Geräten, die wir verwenden.